Echt? Warum isst du so auseinander? So süß jetzt nicht, aber isst ne Maus. Das ist was Leckeres zu essen. Was Süßes. Halloween Edition jetzt. War nicht anders zu erwarten. Ist natürlich auch Wettbewerbsverzerrung, dass meine Finger jetzt nicht mehr die gleiche Fühlkraft haben wie davor. Ist einfach so ein Gummibällchen oder? Irgendeine Harrybrot und nicht Harrybrot. Keine Ahnung wie das heißt. Marshmallow? Das ist kein Marshmallow. Das ist ein Halloween Marshmallow. Marshmallow. Das sofort. Kenn ich. Ess ich gern. Marshmallow or something like this. Yeah? And I guess it's white and a little bit pink. Ah okay. And now it's not white anymore. Ah da. Marshmallow. Oh das sind Süßigkeiten oder so ne. Merkt es voll. Marshmallow. Ein Marshmallow. Das ist ein Marshmallow. Wow. Cool in orange. Weil Halloween ist jetzt so orange und so die Kürbisse verstehe ich. Macht Sinn. Als Kind hat man natürlich auch viel Luftballons aufgeblasen, äh aufgepumpt mit Wasser. Da ist das ähnlich. Ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber relativ leicht glaube ich. Es hat fünf kleine Dottel. Also es ist ein Handschuh aufgeblasen oder aufgepumpt mit Wasser. Was ist das? Hä? Ich glaube ich wusste also eins, zwei, drei, das ist ein Handschuh gefüllt mit Wasser oder einer Flüssigkeit. Ein Handschuh gefüllt mit Wasser. Oder? Was ist das ey? Kann ich das heben? Ich weiß glaube ich, was es ist. Das ist ein Luftballon? Fühlt sich zumindest so an. Das ist ein Luftballon und innen drin ist bestimmt Wasser oder so, ne? Ich glaube das ist ein weißer Handschuh. Ohohohoho. Ohohoho. Also wenn das keine extra Punkte gibt, dann weiß ich auch nicht, ey. Okay, ich weiß. Kürbis. Fake? Ich glaube, es sollte vielleicht ein Pumpkin-Statue sein. Oder? Die sehen ähnlich aus, wie es sich anfühlt. Also würde ich sagen, es ist ein Kürbis. Und die kommen wir auch zu Hause, die so aussieht. Stark. Was könnte das sein? Ja, ich glaube das ist so ein Kürbis oder so. So ein Deko-Zeug oder so. Kann das sein? Habe ich recht? Darf ich schauen? Aber das ist ne... Was ist das? Ne Kürbis oder? Wassermelone. Das ist ja auch wie eine Wassermelone. Das ist kein Joghurt. Einen Gel. Mit nem Gel. Mit nem Gel. Äh. Mit so einem Schleim einfach. Nicht daran nix. Götterspeise oder was? Götterspeise oder was? Ja, echt? Ist das echt Götterspeise? Ja, krass. Okay. Nicht gedacht. Ich glaube, das ist Shampoo. Oder Seife oder so. Shampoo? Ja, oder Seife oder? Ne, ich sage es so, man kann es essen. Was? Ja, es geht nach Waldmeister. Aber ich weiß nicht den Namen grad. Es ist nicht... Es ist Jam. Es ist so... Some kind of Jam. Green Jam. Green Jam. Und du sagst, das war easy. Green Jam. In Deutschland sagst du Götterspeise. Götterspeise? Es ist auf jeden Fall frech, dass das hier drin ist. Das ist das Erste. Jetzt sind meine Finger irgendwie ein bisschen flüssig. Wie nennt man den Kack hier, ey? Gelee. Es ist ein... Red. Ja. Red. Also es hat einen langen Schwanz. Es ist klein. Es hat, glaube ich, auch zwei kleine Öhrchen hier. Und dann kleine Härchen da. Es ist eine süße Maus. Irgendwas. Die Haare sind hier, so... Das ist Halloween. Es ist... ein bisschen hart. Es muss die Gesichter sein. Die Haare. Es ist ein Maus. Oder ein Rad. Ein kleiner Rad. Ein großer Maus. Ja. Und white. So. Haare sind hier so... Könnte ich sein mit dem Bart. Langer Schwanz. Ist eine Ratte vielleicht. Wie geht der? Ist eine Ratte, ne? Hast Glück, dass die nicht echt ist, ey. Also... Ich gehe mal da stark davon aus, dass das so ein Traumfänger ist. Ne? Ich glaube, das ist eine... Gesichts... Wie nennt man das? Eine Maske. Für die Augen. So. Fürs Gesicht. Für den Ball zum Beispiel oder so. Halloween. Für den Ball zum Beispiel. Grüß dich. Das ist eine Maske. Für Fasching oder für Karneval. Wird dich von da ausgehen, oder? Voll Profi.